Die globalen Märkte verändern sich, und das rasant. Dadurch verändern sich auch die Kundenwünsche. Neue Anforderungen bringen neue Herausforderungen. Damit ändern sich auch die Bedingungen für erfolgreiches Produzieren. Wir agieren in diesem Umfeld mit hoher Dynamik und Flexibilität, und das seit 1924. Innovation und das Reagieren auf die Märkte war stets unsere Stärke. In der Anfangszeit zählte vor allem die Zweiradindustrie zu den Kunden. Dann eroberte die Aerosoldose Europa. Dieser Innovation haben wir neue Impulse gegeben. Wir waren der erste Hersteller, der den Ventilteller als Tiefziehteil aus Metall in Europa produzierte. Natürlich haben wir stets unser Produktionsprogramm systematisch erweitert. Produkte für technische Applikationen standen dabei im Fokus. Der Erfolg gab uns recht. Ein zweiter Produktionsstandort in Bielefeld kam hinzu. Von nun an konnten neben Großserien auch großvolumige und hochkomplexe Teile produziert werden. Kontinuierlich und strategisch konsequent haben wir an der Erweiterung unseres Unternehmens gearbeitet. Wir eröffneten ein Schwesterunternehmen in der Tschechischen Republik und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Unsere Visionen sorgen dafür, dass höchste Ansprüche an Qualität und Präzision erfüllt werden. Nach ihren Wünschen realisieren wir aus den verschiedensten Werkstoffen Tiefziehteile in den vielfältigsten Geometrien. Dies ist natürlich nur mit einem qualifizierten und hochmotivierten Team möglich. Und das von Anfang an. Wir sorgen dafür, dass unsere Philosophie schon in der Ausbildung vermittelt wird. So gewährleisten wir mit einem kompetenten Team, dass unsere Kunden jederzeit anspruchsvolle Tiefziehprodukte erhalten. Deshalb gehören wir zu den führenden europäischen Herstellern von Präzisions-Tiefziehteilen. Wo anderswo nachgelagerte Bearbeitungen notwendig sind, stellen wir hochkomplexe Geometrien in nur einem Prozess fertig fallend her. Und für aufwendige Dreh- oder Gussteile stellen wir kostengünstige Alternativen für Sie bereit. Dabei können Sie sich stets auf unser besonderes Tiefzieh-Know-how verlassen. Zum visionären Tiefzieher wird man natürlich nur, wenn man seiner unternehmerischen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Umwelt und den nachfolgenden Generationen gerecht wird. Das erfüllen wir durch nachhaltiges Wirtschaften und mittels unseres umfassenden Umweltmanagementsystems. Und das immer mit Blick auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Visionen sind machbar. Wir beweisen es. Jeden Tag. Jeden Tag.